50 an der sie konnte eine neue Folge von Michael Riemann heute mit dem Star-Dust und am später in das Welt von John Cena ein Nebel gegen Cain das war der Star-Dust mal schauen ob hier was passiert wir haben in NXT schon zweimal gegeneinander gekämpft einmal hat er gewonnen und einmal ich jetzt haben wir das erste Match bei SmackDown das ist Der erste Mal ist für Kijel von Fuenbo, mit dem Weg in den Ring. Von Frankfurt, Deutschland. Uh-oh. Business ist über zu spüren. Wir haben nicht noch starten. Ich weiß nicht, ob es noch ein Match wird, nach einer solchen Onslautten. Das ist nicht was sollte, bevor ein Sancti-WWE-Match wird. Das kann ich dir. Das ist wie du es. Make a name für dich, Kip. Ich bin der Ball. Ich weiß nicht, dass das nicht so ist. Oh! Out of nowhere! Oh, come on! Ist das wirklich notwendig? Oh, wait! Nice Reversal! He's outnumbered, but he refuses to give up. Oh! Out of nowhere! Das ist wunderbar. Sometimes you have to take what's yours. He's doing that right now. Oh, look at that! Oh, come on! Is that really necessary? And he's decided to take out all covers! Haha! That's how you do it! Make a name for yourself, kid! Oh, man! I did not think he would go this far! Oh, man! Oh, man! Did he take a wild swing with that one! Just right! That was wild indeed! Good thing we're over here! Please welcome my guest tonight! Let's talk about Curtis Axel. Er hat dich verabschiedet, um dich zu verabschieden, um dich zu verabschieden. Any thoughts you want to share on that? Er ist glücklich, es war ein Schuss, der mich zu verabschieden. Wenn wir face-to-face in that ring waren, würde ich ihn verabschieden und enden es dann und da. Aber insofern, er muss sich scared sein, um jetzt zu warten. Er weiß, dass ich für den richtigen Moment für ihn bekomme. Ich werde meine Revenge bekommen, wenn er es am besten expects. Er ist glücklich, es ist glücklich, es ist glücklich, es ist glücklich. Things have been getting heated between you two. What are your thoughts on this rivalry? Things have been getting heated between you two. What are your thoughts on this rivalry? Mensch. Your Seconde thing to be . Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Rivalry? Who is he kidding? And who were you to ask a question like that? He is beneath me, and not worth my time. I'm moving on to things that are worth my time. Are we done here? Thanks for the time. Back to you. Back to you. So, jetzt zeige ich nochmal ein Match von John Cena ein. Wenn er gegen Dorf Zickler verliert, wird der kleine Bastard. John Cena ist behindert. Schau, als er behindert ist, dann dürfte er gar nicht wrestlen. Frankfort, Germany. Das war's. 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 Ah ja. Das war es so gut. Die Zeit ist für einen Fall. Der Zeit ist für einen Fall. Von West Newberry, Massachusetts, wehend an 251 lb, der United States Champion, John Cena. Wow! Wait a minute! What's he coming out for? Hey, 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 we can see. What we're witnessing here is the system, Matt, come on, we need to get over here. And he fails to connect with anything that time. Man, that was some miss, alright. I can feel the breeze all the way over here. Look out! Der Mann ist ein Böder. Der Mann ist ein Böder. Das ist wunderbar. Manchmal muss man das sein. Er macht das jetzt. Möder. Was he doing? This is uncalled for. Is this it? Goldbreaker! Oh, he is making his intentions clear right now. What a finishing maneuver. This could be it. It's got to be it. This is wonderful. Sometimes you have to take what's yours. He's doing that right now. Please welcome my guest tonight. Let's talk about John Cena. Why would you do such a thing as to ambush him during his own match? I am going to break him in two. That was just a little taste of what I'm going to do to him. I don't like the guy. He better not let me get a hold of one of his limbs or drive him into the mat. Because that might be the end of his career. Take that as a warning. Things have been getting heated between you two. What are your thoughts on this rivalry? You're right. There is a rivalry brewing between us. But it's not going to last long. I'm going to demolish him week after week. Until he's out of the WWE. He started it. I'm going to finish it. Enough said. There you have it. Back to you, Cole. Back to you, Cole. There you have it. Back to you, Cole. Back to you, Cole. He won and he won. He won and he won. He won. He won. Daniel Bryan won. Zemi Zane, Triple H. And Kevin Oens won. It's a further surprise for Superstars. To see your story of John Cena is bad. You have to beat John Cena. I hope you're also looking forward to Roy Rumble. Wir haben im nächsten Part ein neuer Fälle vorher im Match gegen Roblesch, gegen Jack Swagger und gegen Ryback Bis jetzt haben wir mal gucken, was wir machen sollen Gewinner im Match mit einem gröner Arbzustand